Willkommen zusammen zu der ersten Folge von Transroad USA. Liebe Leute, ein neues Spiel ist mal wieder erschienen und das bedeutet auch, wir schauen uns das Ganze an. Es ist nämlich eine Art Wirtschaftssimulation bzw. geht im Bereich Management eher mit ein. Nein, das Ganze ist nämlich nicht so, dass wir das Ganze so steuern und im LKW sitzen und dahinter am Truck sitzen und Stunden fahren. Nein, wir müssen sozusagen eine Art Disponenten spielen und unser Unternehmen, ich sag mal, managen und die ganzen LKWs, die ganze Flotte aufbauen und so weiter und so fort. Ich freue mich darauf, ist aber auch für mich Neuland, deshalb bin ich umso mehr gespannt, ob ich das Ganze hinbekomme, weil so welche Spiele sind schon teilweise echt komplex, hab da auch Respekt vor, aber hab auch Bock weiter dieses Spiel, ich sag mal, kennenzulernen. Weil, ich muss auch sagen, ich hab das Spiel jetzt schon ein bisschen länger, hab auch reingeschaut, sozusagen in der Beta-Phase den Entwicklern Feedback gegeben und möchte aber trotzdem, weil ich so viele Aspekte noch nicht gesehen habe, mit euch gemeinsam das Spiel spielen. Liebe Leute, es geht los, wir gehen auf ein neues Spiel, gehen auf Kampagne und ihr hört schon den ganzen Trubel. Weil, ja, warum Kampagne? Ich denke, es ist einfach eine ganz gute Einführung, erstmal so kennenzulernen, was steckt hinter das Spiel. Es gibt eine richtig coole Story, finde ich, ich sag mal einfach Story mit Vertonung, muss ich sagen. Ähm, es gibt natürlich einen Quest-Modus, also, ähm, ja, ich muss sagen, ich bin so mehr Kampagnen-Fan und Sandbox-Modus, natürlich Freispiel. Ich würd sagen, komm, wir gehen auf Kampagne. Ist bei dir da drüben alles in Ordnung? Und, ähm, ja, Billy Bowman fängt da an. Natürlich ist alles in Ordnung, ich meine, ne, jetzt geht's los gleich. Wir sollten jeden Augenblick am Ziel ankommen. Und dann ist dieser Auftrag auch erledigt. Dann können wir endlich unseren Trip zum Grand Canyon machen. Angeln und Wandern? Toll! Ich kann's kaum erwarten. Das wird klasse, Kumpel. Ich freu mich auch. Billy Bowman, Sie und Ihr Partner sind fristlos entlassen. Ähm, was zum... Wir sind gefeuert? Warum? Lassen Sie es. Ich habe schon genug Probleme mit meiner Firma. Ich kann Sie beide einfach nicht mehr beschäftigen. Ganz einfach. Okay, das kam jetzt echt, ähm, ich sag mal, ja, kurzfristig. Das ist doch nicht wahr, oder? Wir sind arbeitslos. Was machen wir denn jetzt? Ich würd sagen, wir gründen unsere eigene Firma, Leute. Unsere eigene Firma? Ist das dein Ernst? Hm, aber warum nicht? Okay, das machen wir. Leute, gehen wir's an? Wir gehen's an. Firmengründung. Ja, Leute, jetzt geht's los. Wir dürfen uns nämlich was Schönes hier aussuchen. Erstmal den Firmennamen. Da müssen wir uns erstmal was Schönes, ähm, ja, einfallen lassen. Wie wollen wir denn heißen? Ich würd sagen, wir nennen uns, ähm, wir nennen uns, ähm, was ist denn, wenn wir BG Cargo GmbH? BG Cargo GmbH. Hm. Hätt's ihm bisschen... Ja, komm, nehmen wir. Wir nehmen's einfach mal. So, und dann können wir das doch personalisieren. Erstmal natürlich hier, wie wollen wir überhaupt aussehen? Aber es gibt ja echt reichlich, ne? Krasses Ding. Okay, wen wollen wir denn nehmen? Na, ne Frau? Ne. Ja, ich würd hier... Ja, wir sind... Wir sind dieser, oder? Oder der? Ach. Hm. Mir ist ja nicht egal. Komm, wir sind der hier. Dann müssen wir mal gucken, welches Logo wollen wir haben. Ich würd sagen, was mit Cargo zu tun hat, das Ding ist... Müssen wir mal schauen. Mit... Bei sowas lasse ich mir immer ein bisschen Zeit, weil das muss ja auch schön sein. Oder wir nehmen einfach... Genau, ich hab die Idee, wir nehmen die Fast Cargo GmbH. Dann passt das auch mit dem Logo, wisst ihr? Das ist doch cool. Okay? Machen wir. So, dann nehmen wir natürlich die Farben. Das Rot gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Das machen wir. Dann nehmen wir noch die Farben des Trailers. Oder der Flotte. Äh... B... 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 Ach, ne, das sind die Streifen. Okay. Und das ist, äh, vom LKW. Sorry. Aber ich würd sagen, das war schon nicht schlecht. Das war schon nicht schlecht. Ne. Schlicht ist immer gut, oder? Was meint ihr? Es passt natürlich irgendwie zu BG, ne? Diese... Ich sag mal... Flammen da drauf. Das ist schon mega nice. Aber eigentlich... Lieber neutral, oder? Oder das meint ihr? Oder das? Oder das? Ja, das... Das sticht so ein bisschen, ne? Ich würd sagen... Das ist auch nicht schlecht, oder? Oh, wir nehmen's neutral. Okay. Spiel starten, Leute. Es geht los. Also, wo fangen wir an? Ein Hauptquartier wäre nicht schlecht. Am besten in unserer Heimatstadt, oben im Nordosten. Augusta Meng... Okay. Die Fatuno ist ein bisschen abgehakt, teilweise. Ich muss dazu sagen, eins... Also, es wird nicht richtig actionreich. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen in so einer Zentrale. Ich sitz hier vor meinem Bildschirm und bin am Managen. Ich... Ich... Ja, ich... Hab sozusagen Kontakt mit meinen Fahrern. Sag, okay, Leute, holt mal hier der Frachtab, da der Frachtab. Muss nebenbei noch Marketing betreiben. Hier und da. Also, ich bin sozusagen Firmenchef und darf entscheiden, was hier so abgeht. Also, Leute, ich weiß nicht. Es ist halt Geschmackssache. Es ist für mich auch Neuland. Wer es lieber actionreicher mag, der ist, glaube ich, hier falsch. Es ist halt auch ein bisschen Entspannung, kann man sagen. Ähm, das sind die Macher von TransOcean 2. Ähm, zum Beispiel Rivals war jetzt der letzte Teil. Ähm, ich muss sagen, da hab ich nicht reingeschaut. Aber, jetzt schau ich hier rein. Okay, fortfahren. Der Antrag der Kredit wurde gerade von der National Trucking Bank genehmigt. Mit dem Geld können wir uns das Grundstück und das Gebäude leisten. Okay. Willkommen zur Einführung. Jederzeit während des Spielens möglich. Wenn du detaillierte Informationen suchst, klicke in einem beliebigen Spielbildschirm auf die Fragezeichen-Schaltfläche, um den Leitfaden aufzurufen. Okay. Erstmal müssen wir den Standort deines Quartiers oder Hauptquartiers wählen. Ähm, genau. Je nach Stadt benötigen die Kunden verschiedene Anhängertypen für den Transport einer Fracht. Alles klar. Gut. Das Coole ist, es ist einfach mal auf Deutsch. Und da bin ich ja auch so ein Fan von. Ich meine, ich kann Englisch, ja. Schon. Ähm, aber es ist immer noch irgendwie was Schönes, wenn man so Muttersprache, ähm, ich sag mal, drin hat im Spiel. Ja, ihr seht's. Augusta. Da müssen wir hin. Ähm. Klicken wir drauf. Und da müssen wir HQ platzieren. Und dann dürfte es gleich losgehen. Wir können auch reinzoomen. Das heißt, wir sehen wirklich auch die Stadt. Ich sag mal, ich kann jetzt wirklich reinzoomen. Warte. Äh. Ja, gerade nicht. Okay. Erstmal haben wir schon eine Anhängerkonstitution zum Kauf. Ähm, seht ihr gleich, was wir dann haben. Also, es ist schon... Ja, wir haben ein ziemlich gutes Gebäude gefunden. Und es kostet nur ein paar tausend Dollar. Okay. Man muss auch sagen, wir haben jetzt einen Kreditbeantrag. Das ist... Zum Glück gehört mir der Truck, den ich bei Gordon Fox Trucking gefahren bin. Wir können ihn sofort einsetzen. Er steht schon in unserem Depot. Okay. Vielleicht könnt ihr euch so das vorstellen wie 911 Operator. So könnte ich euch das ein bisschen vorstellen. Das ist aber wirklich noch ein bisschen krasser hier. Also, viel mehr Management. Ähm, halte uns hier die Karte genau. Das ist das, was ich meine. Ähm. Und jetzt können wir hier rein- und rauszoomen. Ich kann gleich auch sozusagen LKWs folgen, wo die genau hinfahren. Wir können sozusagen eine Verfolgerkamera haben. Das ist schon ganz cool. So, erstmal nehme ich den ersten Auftrag an und weise ihm einen Auftrag zu. Wir gehen hier drauf. Und ich würde sagen, wir, ähm, wir sagen, ziehen einfach mal einen Auftrag rein. Ähm, ich lese das nicht so detailliert jetzt mal vor. Ich überschlage das, weil ihr immer sagt so, ah, es ist manchmal so ein bisschen, wie so ein Kaugen wie langgezogen. Und dann, ähm, ich sag mal, ich hab ja schon so ein bisschen gespielt. Ne? Und dann müssen wir jetzt einfach die Aufträge hier reinziehen. Das ist sozusagen der Fahrplan 1. Und da können wir halt verschiedene Trucks draufziehen. Ähm, wir werden jetzt erstmal, erstmal einmachen, damit wir auch das in der vorgegebenen Zeit, wir haben drei Tage dafür Zeit, schaffen. Wir müssen zwei Fahrten machen. Gehen auf Änderung bestätigen. Dann unterschreiben wir das Ganze. Zack. Und dann werden wir erstmal den, ähm, Fahrer, ich weiß gar nicht, wer das genau ist, wahrscheinlich mein Kollege. Genau. Den ziehen wir jetzt mal rein. Und da, seht das da oben, haben wir wieder so ein... Genau. Sehr schön. Das bedeutet, wie genau, okay, diese Ansicht ist die Truck-Verfolgungskamera. Genau, das ist was ich meine. Und zwar, da haben wir das gute Ding. Wir können richtig reinzoomen. Ähm, teilweise muss man sagen, Moment, genau oben rechts kann ich das Ganze stoppen. Ich mach jetzt mal auf Stopp. Und zwar kann ich jetzt da hingehen. Es ist teilweise echt lecky, dieses Reingezoome. Ähm, ich kann hier drehen. Genau, kann die verfolgen. Moment. Ich kann das gerne mal machen. So. Zack. Und jetzt geht's auch weiter. Kann das hier auch drehen so ein bisschen. Aber, unsere, ich sag mal, Lkw-Flotte wird immer größer. Und das ist auch wirklich, hier, schaut mal da, das ist richtig, das ist schon cool gemacht. Muss ich schon sagen. also, ähm, es sind schon viele coole Aspekte und Details dabei. Ähm, aber, je größer unsere Flotte wird, desto weniger werden wir reinzoomen, weil Management steht hier an, ich sag mal, sehr großer Stelle. Ich sag mal, alles geht hier ums Management, dass unsere Firma läuft. Deshalb werde ich jetzt mal rauszoomen. Oder? Wir können jetzt auch ein bisschen vorspulen. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Wir gehen mal raus hier. Dann gehe ich wieder hoch. Und da seht ihr das. Da haben wir, äh, wir haben das abgeschlossen. Und zwar haben wir Boston besucht und sozusagen freigeschaltet. Ähm, ihr seht das hier, der Lkw, der kommt zurück. Und ihr seht, jetzt, Moment, der fährt noch eine Tour. Ich kann da draufklicken, können wir verfolgen. Aber wir haben jetzt Boston erkundet das erste Mal. Und da haben wir den Auftrag abgeschlossen. Sehr cool. Okay. Und, ich sag mal, ihr seht es hier, ähm, schließt du den kompletten Auftrag pünktlich ab, äh, verbessert sich dein Ruf beim Abfahrtskunden und dem Kunden, der die Fracht erhält. Und, ähm, je besser unser Ruf bei der Firma wird, desto eher können wir, sagen wir mal, Verträge annehmen. Oder, desto eher lässt er uns natürlich fahren, weil wir Vertrauen aufbauen. Ne? Das ist ganz klar. Das ist das, was ich meine. Wenn du genug Rufpunkte bei einem Kunden gesammelt hast, gibt er dir von sich aus Aufträge und außerdem besser bezahlte Aufträge für jeden Kundenlevel, den du aufsteigst. Sehr nice. Im Handelszentrum einer Stadt erhältst du jederzeit Aufträge für deinen Handels, oder, Anfangssattelzug. Entschuldigung. Okay. Das heißt, unser Truck steht jetzt da. Wir haben als nächstes, Moment, Aufgaben, kaufe einen Truck und Standardanhänger, beschäftige zwei Fahrer. Wir können jetzt erst mal sagen, beispielsweise, der LKW steht jetzt hier. Wir haben ja pausiert. Wir können sagen, Boston, okay, das hört sich ganz interessant an. Ähm, ja, machen wir sofort. Ich will nur eben, ich möchte euch das Ganze zeigen. Lass uns dir doch mal, ach, lass uns dir wieder zurückschicken nach Augusta. Wir ziehen ihn rein, dann schließen wir das Ganze ab. Ich kann natürlich noch mehr Fahrten hier machen, mache ich jetzt aber nicht, weil wir müssen natürlich auch in gewisser Zeit das schaffen und wir haben nur einen Fahrer. Das heißt, wir bestätigen das Ganze, ziehen ihn wieder rein und dann geht es los. Genau, geht's los. Hat er gerade geladen. Und wir sehen auch da ein von zwei Fahrten. Es gibt ja auch Radio und alles, also es gibt schon sehr viel. Das werden wir immer weiter kennenlernen. Also, ihr dürft nicht überfordert sein. Oder doch? Ich war auch am Anfang ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Da, wo es noch auf Englisch war. Ähm, okay, da haben wir es abgeschlossen. Sehr schön. Okay, wir machen jetzt aber, oder ist es pausiert, wenn natürlich ein Truck steht? Das ist ganz klar, weil das kommt ihr wirklich nicht nach. Nachher passiert so viel. Ähm, und jetzt werden wir erstmal die Quest hier, oder die Aufgaben machen. Und zwar kaufen wir uns erstmal einen Truck und beschäftigen noch einen weiteren Fahrer. Wir können das Ganze hier verkleinern. Ne? Also, es ist schon sehr, ich, also ich muss erstmal sagen, es gefällt mir so. Ähm, es gibt aber auch Spezialisten, denen ist das wahrscheinlich so, einfach so viel zu viele Fenster und so weiter und so fort. Ähm, ich würde sagen, wir besuchen Bernie oder Bernie und, ähm, genau, werden dann erstmal LKWs kaufen. Ich muss sagen, zum gewissen Punkt habe ich dann auch nicht mehr die Kampagne weitergespielt. Ähm, weil ich auch keine Zeit mehr hatte. Also, die Beta-Phase ging gar nicht so lange. Der, äh, Beta-Test, glaube eine Woche ungefähr. Ähm, und da habe ich auch nur wirklich minimal gespielt. Jetzt danach habe ich noch ein bisschen reingeschaut. So, da haben wir die verschiedenen Trucks. Ähm, wir haben 158.000, der kostet 51.000. Ähm, wir können jetzt hier weiter durchgehen, aber ihr seht, das wird halt immer teurer. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, es ist, ich würde jetzt erstmal sagen, lassen wir uns, lassen wir uns mit dem kleinen Ding hier anfangen. Ähm, und wir benötigen auch natürlich Konzessionen für die ganzen, ich sag mal, Trailer. Und jetzt haben wir nur eine. Das heißt, wir können auch nur, ja, einen Trailer dranhängen. So, kaufen. Und wir brauchen natürlich noch einen, äh, Fahrer. Genau. Und da hast du es ganz gut gemacht. Wir haben verschiedene Bewerbungen und müssen natürlich schauen, okay, ähm, welcher Fahrer darf welchen Truck und, äh, welchen Anhänger fahren. Ne, das ist natürlich auch sehr wichtig. Und im Hauptquartier, ich sag mal, sehen wir das Ganze. Okay, Leute, wir schauen jetzt erstmal, ähm, genau, das ist hier Kenny. Ich habe vorhin Lizenzen, ähm, Tieflader, Autoanhänger, Kippanhänger. also, ne, muss man sagen, Tieflader, Autoanhänger, also er kann auch, ich sag mal, Standardanhänger fahren, muss man sagen. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Was möchte er? 780, äh, 81, das ist natürlich schon, aber der hat natürlich auch mehr Lizenzen, ne? Das heißt, da können wir demnächst, das ist echt, also da, da muss man sich schon teilnehmen. Vor allem in Let's Play müsst ihr dafür Geduld haben. Ähm, jetzt am Anfang ist es halt noch so, ja, muss man da nicht, glaube ich, so drauf achten. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach hier, ähm, den guten Kenny oder die gute Kenny, ich weiß gar nicht. Fahrer, ja, ich denke mal, das ist ein Herr. Gut, wir gehen auf Einstellen und da seht ihr schon, beschäftige zwei Fahrer, haben wir gemacht. Wir sind aber noch nicht ganz fertig und zwar müssen wir einmal, äh, noch einen, genau, machen wir gleich. Wir müssen ja noch einen, äh, Aufleger kaufen. Werden wir jetzt angehen. Ähm, und dann gehen wir auf Anhänger und kaufen uns so einen Standard-Anhänger. Da seht ihr schon, auch das ist cool gemacht und zwar ist das schon alles so mit unseren Logos versehen. Wie sie dann letztendlich aussehen, finde ich ganz nice. 34.000, ähm, also, 34.000 Dollar sage ich jetzt mal, so 35.000 Dollar kostet das Ganze. Gehen wir auf, ähm, kaufen und dann gehen wir auf Kauf bestätigen. So. Sehr gut. Truck und Anhänger sind gekauft. Ein neuer Fahrer eingestellt. Das sollte unsere Kasse zum Klingeln bringen. Okay. Aber das schaffen wir nicht mit kleinen Einzelaufträgen. Wir müssen Beziehungen zu Kunden aufbauen. Ja, Leute. Das bedeutet, wir müssen einmal, erst mal, wir müssen uns einen guten Ruf bei den Kunden erarbeiten, um bessere Fracht und mehr Langzeitaufträge zu erhalten. Richtig. Das bringt uns ein sicheres Einkommen. Zuerst sollten wir mehr Handelszentren in diesem Gebiet freischalten. Dann verbessert sich unsere Auftragsabdeckung und wir haben weniger Leerfahrten. Am besten wären Postlieferungen. Genau. Ja, ja. Ich weiß. Wir müssen aber jetzt nochmal unseren Fahrer richtig einsetzen auf den Truck. Äh, Nein. Also, ihr seht, also ich bin auch noch ein ziemlicher Anfänger. Genau. Und da müssen wir nämlich drauf. Und da seht ihr das. Kenny Ma. Den werden wir jetzt noch nicht draufziehen, weil... Genau, ich weiß. Ja, ich weiß doch. Ist er schon da? Okay. Die LKW sind schon, oder der LKW, der Anhänger oder der Auflieger sind schon da, weil die werden auch dann erstmal dahin transportiert, muss man sagen. Das dauert auch ein bisschen. Aber in diesem Fall geht es jetzt schon. Super. Das ist sehr schön. Wir müssen einmal drehen. Ich finde es... Ach, so ist es besser. Ähm, dann schauen wir mal, was unsere spezielle Aufgabe ist. Und das wäre jetzt beispielsweise Besuche für Städte. Das heißt, wir müssen in verschiedene Städten hin. Also, wir haben ja schon Boston jetzt. New York, Montpellier. Wir sind ganz nah, aber das ist eigentlich relativ, ich sag mal, egal. Ähm, wir gehen auf... Oh, was ist da? Ach, war der eine noch nicht fertig? Ach, da ist... Ach, stimmt. Ne, aber das ist... Wir machen mal auf Pause. Genau. I, 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 i. Wir können jetzt erstmal suchen, wo ist der überhaupt, der Kollege. Aber... Der steht... No Gasta, mein ich. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier drauf und möchten natürlich mehr freischalten. Das heißt, es ist sehr cool, wenn wir jetzt erstmal Montpellier nehmen, weil wir da noch nicht waren. Und natürlich New York City. Äh, zwei Fahrten. Ja, Moment, da wäre es cooler, wenn wir das jetzt so machen würden. Und zwar, der eine Fahrer... Wir unterschreiben das erstmal. So. Und ziehen diesen Fahrer drauf, dass der schon mal starten kann. Und dann werden wir jetzt noch einen neuen Fahrplan für den anderen Fahrer erstellen. Ähm... Kurz da drauf gehen. Und dann werden wir den nach New York City ziehen. Weil es geht jetzt erstmal darum, dass wir die ganzen Städte freischalten, ne? Damit wir weitere Aufgaben bekommen. Das ist halt Kampagne. Das finde ich ganz cool gemacht, dass man auch so ein bisschen unterstützt wird. Dass man so ein Ziel vor Augen hat. Und den unterschreiben wir auch. Da können wir später noch einen anderen Fahrer draufstellen, weil wir ja zwei Fahrten hatten. Der eine Rad nur einer. So. Zack. Ziehen das da drauf. Und dann kann es losgehen. Das heißt, ich mache jetzt einfach wieder die Zeit. Äh... Mal auf... Ja, genau. Und da drauf. Und dann schauen wir mal, ob das läuft. Ich bin natürlich auch totaler Anfänger an sowas, ne? Ist natürlich echt interessant. Weil manchmal kann es auch zu roten Zahlen kommen. Wir müssen auf jeden Fall Kredit mit einplanen. Also... Ne? Wir müssen zahlen, zahlen, zahlen zwischendurch. So. Können den jetzt hier verfolgen. Guck. Was ist das? Wir verfolgen den da. Können aber auch sagen, ey, was bist du für einer? Ich möchte lieber zu dem anderen hier. Dann gehen wir auch da hin. Da ist der andere. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir das ein bisschen schneller. Okay. Es ist pausiert jetzt. Das ist ganz cool. Und ihr seht auch schon, okay, wir haben jetzt hier eine ganz gute Bewertung bekommen. Wir machen Pause. Weil ich möchte ganz gerne, dass, ähm, dieser Fahrer geh mal hier drauf bei diesem Auftrag mithilft, weil bis der wieder in August da ist, ähm, ist es halt schneller, ne? Weil der andere ist dann erst in New York, muss wieder zurückfahren. Ne? Da kann der andere schnell wieder losfahren. Also das ist schneller dann gemacht. Das heißt, wir machen das so und gucken mal, ob das funktioniert. Okay. Das hilft uns sehr mit der Auftragsabdeckung. Jetzt sollten wir die örtliche Möbelfabrik freischalten. Ihre Produktion ist wertvolle Standard-Anhängerfracht. Okay, wir machen, lassen das andere noch eben machen. Um diesen Kunden freizuschalten, klicke auf die Möbelfabrik in Augusta und wechsle von der Auftragsliste zu Aufträge anzeigen. Hier. Das zeigt dir die verfügbaren Aufträge an. Okay. Alles klar. Das machen wir. Der andere Fahrer steht jetzt noch in... Genau. Ach nee, der kommt schon wieder. Wir müssen aber nochmal eben vielleicht ein bisschen beschleunigen. Okay, nee. Wir müssen auch ein bisschen die Zeit einplanen. Ich sehe schon, wir haben 23 Minuten. Das ist echt so. Die Zeit geht hier so schnell um. Du kannst halt so viel machen und ich weiß halt nicht, wie das bei euch ankommt, wie gesagt. Ist es für mich Neuland? Ich probiere es so gut wie möglich zu machen, wie ich es verstehe. Es kann sein, dass es zu gewissen Punkten zu Problemen kommt, muss ich aussagen. Oder ja, dass ich halt erstmal im Hilfe-Menü, das haben wir auch, das Hilfe-Menü, muss ich sagen. So ein Leitfaden-Menü. Das ist ganz cool. Das kann ich euch mal zeigen. Hier. Das hilft uns teilweise weiter. Gut Leute, das soll es jetzt aber für die erste Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Es ist Geschmackssache, Leute. Es kann sein, dass viele sagen, womit ich erstmal rechne. Es ist einfach zu langweilig. Es ist zu trocken. Oh, die Zeit läuft schon weiter. Wir machen auch Pause. Es ist also, ne, Geschmackssache. Gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Lasst mir gerne eine Bewertung da und ja, tschüss.